Die drei Hauptarten von Chemie, die eure Liebe echt machen. Sich zu verlieben ist ein spontaner Akt. Es geschieht ganz von allein und wir können es nicht kontrollieren. Wir suchen uns nicht aus, in wen wir uns verlieben werden. Es passiert einfach so. Es ist ein Klick, den man nicht mit jedem erleben kann. Wir können uns nicht dazu zwingen, uns zu verlieben, selbst wenn jemand alle Ansprüche erfüllt. Und wir wissen, dass er in der Theorie perfekt zu uns passen würde. Es muss aber diese Chemie geben. Chemie ist genau das, was zwei Menschen verbindet. Es ist ein Funke, eine Art Magnetismus und eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die sie zusammenbringen. Die meisten Menschen bringen die Chemie mit der sexuellen Art in Verbindung, die am einfachsten zu erkennen ist. Aber es gibt auch zwei weitere Arten, die parallel dazu auftreten müssen, um die Liebe echt zu machen. Liebe, die ausschließlich auf körperlicher Chemie basiert, wird nicht von langer Dauer sein. Sobald die Flitterwochenphase vorbei ist, merken Paare, dass es nichts anderes gibt, was sie zusammenhält. Deshalb gibt es drei Haupttypen von Chemie, die koexistieren müssen, damit die Liebe, die zwei Menschen füreinander empfinden, ihr volles Potenzial entfalten kann und echt und dauerhaft sein kann. 1. Körperliche Chemie Menschen sind visuell geprägte Wesen, die von ihren Urinstinkten angetrieben werden. Körperliche Chemie oder besser gesagt sexuelle Anziehungskraft ist das erste, was zwei Menschen zusammenbringt. Es ist definitiv die stärkste Art von Chemie, weil wir uns meistens von ihr beeinflussen lassen und nichts dagegen tun können, aber sie ist nur ein Teil der Gleichung. Großartiger Sex kann umwerfend sein, er kann uns an einen Punkt bringen, an dem wir Lust von Liebe nicht mehr unterscheiden können. Es kann spannend und aufregend sein, aber wir gehen immer das Risiko ein, dass uns das Herz gebrochen wird. Die körperliche Chemie ist der Ausgangspunkt und sie kann sich in Liebe verwandeln, aber wenn sie sich nicht weiterentwickelt, wenn es an den zwei anderen Arten von Chemie mangelt, wird sie flüchtig und kurzlebig sein. 2. Intellektuelle Chemie Am besten lässt sich diese Art von Chemie mit diesem Klick beschreiben, wenn man das Gefühl hat, dass man endlich mit jemandem spricht, der einen versteht. Ihr könnt stundenlang ununterbrochen reden, ohne euch zu langweilen. Ihr könnt Themen überspringen oder wieder auf sie zurückkommen. Ihr könnt eine Weile stillsetzen, ohne dass es unangenehm wird. Es ist wirklich ein tolles Gefühl. Es ist, als hättest du einen Teil von dir selbst in jemand anderem gefunden. Es gibt dir ein Gefühl von Geborgenheit und unglaublicher Glückseligkeit, weil du dein intellektuelles Gegenstück gefunden hast. Falls du sapiosexuell bist, kann dich diese Art von Chemie wirklich sexuell zu jemandem hinziehen. Wenn das der Fall ist, hast du Glück, denn alles, was du jetzt noch brauchst, ist emotionale Chemie, damit die Beziehung funktioniert und nie zu Ende geht. 3. Emotionale Chemie Hast du jemals dieses unverwechselbare Gefühl gehabt, wenn du denkst, dass du jemanden in einem anderen Leben getroffen haben musst? Irgendwas kommt dir an ihm bekannt vor und du spürst einfach eine Nähe zu ihm, obwohl du ihn erst seit kurzem kennst. Er ist wichtig. Er spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben, obwohl du keine konkreten Beweise hast. Nun, das ist die emotionale Chemie. Eure Seelen haben sich gegenseitig erkannt und sie wussten, dass sie zusammengebracht werden müssen. Im Gegensatz zur intellektuellen Chemie, die zwei Menschen durch Gespräche miteinander verbindet, verbindet die emotionale Chemie sie durch ihre Gefühle. Deshalb bekommst du manchmal mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Wenn du mit diesem Menschen zusammen bist, fühlst du dich sicher und harmonisch und du weißt, dass du genau dort bist, wo du hingehörst. Er wird nicht gehen, wenn es hart auf hart kommt. Er ist da, durch dick und dünn. Jetzt ist dir klar, warum diese Chemiearten koexistieren müssen. Einzeln können sie sich zu nichts Größerem entwickeln und sie werden nicht sehr lange halten. Aber zusammen sind sie in perfekter Synergie und sie bilden die drei Hauptkomponenten einer echten Liebe, die ein Leben lang hält.